Du liebst den hohen Norden? Dann komm zu uns in den Süden. Der skandinavische Themenbereich im Europapark wird wieder eröffnet und erstrahlt in neuem Glanz. Das nordische Fischerdorf mit seinen farbenfrohen Fassaden, Shops und dem Fjordrestaurant lädt zum gemütlichen Schlendern und Flanieren ein. Verlängere jetzt deine nordische Traumzeit mit einer Übernachtung im neuen Erlebnishotel Krona Saar. Europapark. Zeit gemeinsam erleben.